Melanie Feist lebt die Faszination Skispringen. Es ist einfach was Besonderes. Das kann nicht jeder. Und das Gefühl dann zu fliegen und wenn man einen richtig guten Sprung erwischt hat, ist Adrenalin einfach, ja das ist nichts Alltägliches. Skispringen gehört in ihrer Familie einfach dazu. Boda Manuel ist Kombinierer, der Vater Trainer. Seit mehr als 15 Jahren springt die Athletin aus Bayersbronn von allen Chancen, die sich ihr in den Weg stellen. In der ersten Weltcup-Saison belegt die 24-jährige Athletin am Ende den achten Platz der Gesamtwertung. Im vergangenen Winter lief es hingegen überhaupt nicht. Es ist immer schwierig, wenn man die Leistung nicht bringt und die Ergebnisse dann nicht da sind. Und man geht jeden Tag ins Training und es kommt unterm Strich irgendwo nicht was befriedigend, das irgendwo raus, dann ist es halt einfach schwierig. Aber momentan macht es sehr viel Spaß und da genießt man das auch. So kann es ein erfolgreicher Winter für Melanie Feist werden.